Servus Leute, was geht? Ich bin euch Chichamu. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es mal um meine Tabakvorstellung. Ja, ich habe euch vor zwei, drei Videos ein Aquamenta Tabak vorgestellt. Heute geht es um den zweiten, um den Blackbox. Ja, wie ihr wisst, so sind ihr damals auf Instagram entscheidend. Was ich zuerst vorstellen sollte, damals hat er locker gewonnen. Aber jetzt kommen wir zu meinem Favoriten, Aquamenta Blackbox. Ja. Wie schon im letzten Video gezeigt, das Ganze wird geliefert in so Kartonchen. 200 Gramm kostet 17,99. Wenn man die Verpackung aufmacht, kommt euch so eine Blackbox entgegen. Ja, ihr habt das Ganze jetzt hier drin gelagert. Bis jetzt habe ich gerade keine Probleme. Ja, da soll so eine spezielle Folie drüber gezogen sein über das Aluminium, dass halt die Dose mit dem Tabak nicht in Kontakt kommt. Ja. Schnitt ist ein feiner bis mittlerer Schnitt. Molaste ist sehr gut aufgenommen. Und kommen wir mal zum Geruch. Also geruchlich riecht das Ganze sehr, 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 sehr fruchtig. Soll angelehnt sein, dann könnte er entleggt. Schwarze Dosen. Kennt ihr wahrscheinlich eine von Shisha-Bars oder so, ja. Und riechen tut das Ganze sehr geil. Also im Blackbox soll drin sein, Acai Berry, Minze, bisschen Zitrone und Guarana. Also was für Energy drin ist. Und beim ersten Geruch hat es mich eigentlich an Rockstar Energy, die Lila an Dosen erinnert, ja. Da heißt es glaube ich auch Guarana. Also das Guarana nennt man hier auf jeden Fall war. Acai Berry, in dem ich ja im Nachhinein war, ja. Minze riecht gar nicht, aber wenn ich reinkomme, habe ich hier so eine leitende Tonnote. Und was leicht, Zitrone-Fruchtartiges, sag ich jetzt mal, ja. Aber keine richtig direkte Zitrone. Aber geruchlich auf jeden Fall eine geile Fruchtbombe, wirklich. Alter, wo ich die Dose aufgemacht habe, ich war erst mal überwältigt, ja. Wie geil das Ganze riecht. Kommen wir zum Setag, meine Freunde. Heute rauche ich mit meiner Little Dantjo Piranha 24k Messer hierzu. Mit meinem Quasar-Kopf, den ich euch im letzten Video vorgestellt habe. Und mit zwei Narinne-Kohlen, hier. Und, ja. Kommen wir mal zum Rauchen-Geschmack. Rauchen tut das Ganze echt wirklich sehr gut. Hitze findet das Ganze auch sehr gut. Und geschmacklich. Habe ich hier auch wie beim Aqua Loco, was leicht kühl ist, was den Hals hochschließt. Aber nicht, keine richtig direkte Methon-Note. Da kommt so etwas leicht Herdes mit. Und im Abgang an diese Guarana-Note, gemischt mit dieser Acai-Berry-Note, ja. Also ziemlich geil das Ganze. Erinnert mich auch ziemlich an einen Energy Drink, also an den 28 Black. Kommt sehr, sehr nah dran, wirklich. Und diese Zitronen-Note nehme ich eigentlich jetzt beim Rauchen nicht wirklich wahr, ja. Ich spüre da halt nur was Spritziges. Und das Ding ist schon nicht so, als würde man was mit Kohlensäure trinken. Mit Kohlensäure. Also es prickelt auch wirklich. Aber es prickelt hat man dann eher beim Einziehen auch. Es prickelt dann auch oben im Gaumen. Auf jeden Fall das Ganze ist richtig geil, fruchtig. Sagt mir wirklich sehr zu. Also diese Black Box wird auf jeden Fall bei mir ganz oben landen, ja. Hitze verdächtigt auch brutal. Tabak-Qualität ist sehr geil. Und ich vermute mal, das Ganze wird auch in Belgien hergestellt, im neuen Adalia-Werk. Weil von da kommt ab Momentum, von da stand ab Momentum. Und zwar auch von Adalia. Und 17,90 Euro ist ein bisschen höher angesetzt, ja. Aber ich sag mal so, da steht auch natürlich viel Geld in der Verpackung drin, viel Geld im Design. Aber dafür steht auch die Tabak-Qualität. Ist etwas leicht höher angepriesster Tabak, ja. Also preisig meine ich damit. Aber qualitativ kriegt natürlich auch wieder sehr viel wieder zurück. Man kann den Tabak in vielen Setups rauchen, egal ob Tonkopf. Egal ob in diesem Hitze-Management-System-Kopf, sag ich jetzt mal, ja. Oder Vollkontakt. Das Ganze steckt alles locker easy weg. Rauchentwicklung ist sehr geil. Und meine Kopfe-Empfehlung geht hier auf jeden Fall raus. Und ich würde mal sagen, das ist echt ziemlich Sommertabak 2018. Ich bedrückte da jetzt noch vielleicht ein bisschen was in Mentor reinmischen, ja. Dass es ein bisschen noch kühler wird. Weil, wer trinkt schon Energie gerne ungekühlt, ja. Mir reicht es jetzt in diesem Fall wiederum nicht, dass so wenig Methode drin ist. Obwohl ich hier Methode-Hasse bin. Aber so ein bisschen mehr Methode könnte da auf jeden Fall drin sein. Und das würde das Ganze wirklich perfekt abrunden. Aber mir gefällt es, ja. Und ich würde mal sagen, so viel zu dem Review hier. Zum Blackbox von Aquamenta. Und wenn euch das Video gefallen hat, meine Freunde. Unten kommt ihr zum letzten Review, was ich gemacht habe. Nee. Unten könnt ihr mich abonnieren. Und oben kommt ihr zum letzten Video, was ich gedreht habe, ja. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Und haut's rein. Peace. Peace.